Geh mit uns durch die grüne Hölle und verbessere die Kommunikation mit deinen Kunden durch professionelle Videoaufnahmen aus unserem Studio. Mein Name ist Keno und ich bin der CEO und Gründer von Laut und Sichtbar. Du wunderst dich vielleicht über den Begriff grüne Hölle, zu Recht. Die Rede ist von unserem voll ausgestatteten Greenscreen-Studio. Wir möchten dir hiermit den Mehrwert einer zielgerichteten Videoproduktion für dein Unternehmen näher bringen. Und warum du jetzt gut zuhören solltest, ich habe drei gute Gründe für dich. 1. Zeige Gesicht und optimiere deine Kundenkommunikation Viele Unternehmen zeigen sich in ihrer Außenwirkung unnahbar und distanziert. Wärst du bei einem solchen Unternehmen gerne unvertrauensvoll Kunde? Wir definitiv nicht. Sei authentisch, ehrlich und gib deinen Kunden einen Grund, sich mit deinen Produkten zu beschäftigen. In einem Video kannst du konkrete Ansprechpartner für bestimmte Produkte vorstellen und sorgst somit für eine stärkere Vertrauensbasis im Verkauf. 2. Fast unbegrenzte Möglichkeiten durch unser Greenscreen-Studio Zugegeben, in einer grünen Box zu stehen und in einer Kamera zu sprechen, ist nicht besonders glamourös. Aber dafür gibt es in der Nachbearbeitung nahezu unbegrenzte Inszenierungsmöglichkeiten. 3. Animierte Elemente neben oder hinter dir, Texte, Effekte und dynamische Hintergründe, lassen dein Unternehmensvideo aus der Masse hervorstechen. Versprochen. 3. Optimiere deine Verkaufszahlen und steigere deinen Umsatz Fakt ist, deine Kunden schauen sich viermal lieber ein Video an, als seinen langen Beschreibungstext zu lesen. Auch suchen über die Hälfte der Internetnutzer aktiv nach Produktvideos und entwickeln in diesem Zuge eine um 64% höhere Kaufbereitschaft. Wieso? Weil sie noch vor dem Kauf einen ersten Eindruck vom Produkt bekommen. Einfach und unkompliziert von überall aus jederzeit. Das waren unsere drei guten Gründe für eine Videoproduktion deines Unternehmens in unserem Greenscreen-Studio. Wenn du mit einem ausdrucksstarken Video bei deinen Kunden und Partnern laut und sichtbar werden willst, frage am besten noch heute dein individuelles Angebot an. Wir freuen uns, von dir zu hören.